Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich und zwar geht es um die Vegan Beauty Basket. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Vegan Beauty Basket gibt es mittlerweile auch als Abo-Box. Also du kannst dir quasi ein Abo bestellen, was 24,90 Euro kostet, wo du quasi dieses flexible Abo hast, jederzeit kündbar. Genau, dann bekommst du alle zwei Monate diese Beauty-Box. Du kannst aber auch ein 3-Boxen-Abo, sprich ein 6-Monats-Abo bestellen und hast dann 23,30 Euro pro Box und der Warenwert ist relativ hoch. Da liegen wir bei ungefähr 60 Euro. Jetzt habe ich hier die Juli-Box, die mir kostenfrei zur Verfügung gestellt wurde. Vielen, vielen Dank. Ich bin sehr gespannt, was sich in dieser tierversuchsfreien Box dieses Mal verbindet. Verbindet, verbiert. Hier haben wir die Box und du kannst dir tatsächlich pro Box auch immer mindestens ein Produkt aussuchen. Dieses Mal gab es einen Lip-Eyeliner, wo man sich was aussuchen konnte und ich habe mir ein Kajal ausgesucht. Ja, dieses Mal mit dabei haben wir, also ich glaube, das ist auch jedes Mal mit dabei, die Vegan World, das ist eine Zeitschrift, die Holiday Issue und die ist auf Deutsch und ja, das ist eine Zeitschrift, die kommt bei uns in das Badezimmer in unseren Zeitungsstände. Da hast du Rezepte drin und Artikel und ne? Die Holiday Issue, die Urlaubssache. Achso, und hier haben wir die Box. Die ist etwas dünner vom Karton her. Die ist matt-schwarz. Du hast hier das Logo, Vegan Beauty Basket drauf und ja, wenn mich nicht alles täuscht, ist das sogar eine Firma aus Berlin. Alles sehr regional hier, ne? Also nicht regional, aber national. So, so sieht die Box aus und mir kommt gerade ein Duft raus, wie eine Blumenwiese. Wahnsinnig cool. Also ich muss die Nase gar nicht an die Box ranhalten, ich rieche es schon direkt. Genau, hier hast du auch ein Schleifchen. Du hast hier tatsächlich so wenig Müll und so wenig Abfall wie möglich mit dabei, was ich auch echt schön finde. Und ja, das ist die Box mit, äh, die Box, das ist die Karte, die jedes Mal auch tatsächlich mit dabei ist. Das ist so eine schöne Karte, wo jedes Mal ein anderes Motiv drauf ist. Dieses Mal mit einer Katze und einem Mädchen und einem Eis- und Herzchenbrille. Und ja, echt schön gestaltet, ne? Von Ina Doceva. Ina Doceva? Ist das nicht die Ina, die quasi Vegan Beauty... Ina mal so die Karten. Ja, guck mal, da steht es auch in der Ecke, ne? Die Ina Doceva macht die Karten selber. Wow. Da hat die nicht nur Geschmack, was Kosmetik angeht, sondern auch echt eine kreative Ader. Vielen Dank, Ina. Richtig cool. Viel Freude mit der Box. Liebe Grüße, Ina. Handgeschrieben, Leute, ne? Also das habt ihr auch immer in der Box dann mit drin. Äh, so rum. Genau. Eine handgeschriebene Karte von der lieben Ina. Richtig cool. Ja, das ist mir bislang noch gar nicht aufgefallen, ne? Ja, dass sie Ina die Karten macht. So, dann hast du hier halt in diesem Schleifchen auch noch mit drin ein Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Und dann haben wir hier das Schleifchen, was wir einfach mal öffnen. Ah, boah, riecht das gut. Und hier haben wir die Produkte. Genau, als erstes habe ich hier den Eyeliner mit drin von Puro Bio Cosmetics, den Kajal Eye Pencil. Genau, der ist schwarz. Und wie das so ist, gibt es auch in diesem Video eine Verlosung. Und da kommen ein paar Produkte rein. Und das ist das erste Produkt, was reinwandert. Ich habe mir nämlich gedacht, so ein Lippenkonturenstift, ne, spricht nicht jeden an, aber ein Kajal kann Anna, äh, kann Anna, kann eigentlich jeder immer irgendwie gebrauchen. An Anna denke ich, weil ich mir eben das Unboxing von der lieben Anna angeschaut habe. Ihren Kanal verlinke ich euch mal unten in der Infobox. Das ist auch eine ganz, ganz niedliche YouTuberin. Die finde ich echt süß. Die gucke ich wirklich gerne. Und, ähm, die hat ihre Box tatsächlich echt schon früh gekriegt. Also, krass. Ja, äh, auf jeden Fall haben wir hier den Stift, der auch in die Verlosung wandert. So. Und selbstverständlich, der Stift ist vegan. Es ist halt, ähm, eine schöne schwarze Farbe. Ich swatch euch das jetzt nicht, weil der jetzt ja verlost wird. Und ich gucke auch mal hier in das Heftchen rein. Da steht, dass der wirklich, ähm, sehr farbintensiv sein soll. Dass er weich, leicht, präzise aufzutragen ist, was ich ja unfassbar gut finde. Hauptsache, die verschmieren nicht. Und, dass er dann halt wirklich für die Augen super zum Definieren ist. Und wirklich eine Ausstrahlung dann liefert. Das ist toll. Reich an Pflanzenölen und Vitamin E. Wirkt er antioxidativ und pflegt die Haut auf natürliche Weise. Das finde ich bei einem Augenpinsel, Augenstift, mega gut. Weil wie oft hast du das? Gerade wenn du dir das halt so in die Wasserlinie gibst oder so. Dass solche Stifte deine Augen dann auch reizen. Dass du tränst oder sowas. Und, äh, das finde ich optimal. Also ich persönlich trage halt kein Kajal. Deswegen finde ich es super, dass ich den weitergeben kann. Und vor allem mit sehr, 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 sehr gutem Gewissen. Ja. Dann haben wir hier ein Produkt. Normalerweise verwende ich keine Stück Seife. Aber sie riecht so gut. Von Valoloco Sugar Loaf Mountain. Pflegeseife mit Kokos, Zucker und Rosmarin. Ich mag eigentlich keinen Kokos, ne? Überhaupt nicht. Aber die riecht gut. Weil du riechst diesen Rosmarin. Das riecht unfassbar gut. Boah. Gefällt mir unheimlich gut. Das kommt bei mir tatsächlich ins Badezimmer. Der riecht so geil. Dieser Seifenblock. Norm. Unsere Produkte sind vegan. Frei von synthetischen Farb- und Konservierungsstoffen. Paraffin, Emulgatoren, Alkohol und Tensiden. Sie sind von Ikada als Naturkosmetik zertifiziert. Und ich meine, der hat ja so gut wie gar keine Verpackung, ne? Du hast hier direkt die Seife, die sich auch sehr, sehr schön anfühlt. Und dass ich mal über Stückseife mich freue, Leute, ne? Sonst sage ich immer, nee, Stückseife ist nicht so meins. Hier hast du das Valoloco-Logo auch noch eingestanzt. Auch mega cool, ne? Boah, richtig gut. Ja, die wird verwendet. Definitiv. Geil. Ich kann mich gar nicht daran satt riechen quasi. Geht sowas? Okay, ich muss euch das. Ich liebe diese Produktbeschreibung, wie das hier im Vegan Beauty Basket drin steht. Deswegen muss ich euch das einfach mal vorlesen, ne? Diese Edelseife mit Kokoszucker offenbart das Aroma eines warmen Abends am Meer. Die Gräser und Bäume geben duftend ihre über den Tag gesammelte Sonnenwärme ab. Das zarte Bouquet aus Safflor, Bergscharte und Rosmarin mit ihren süßlich scharfen Noten lässt die Abendsonne und die erste angenehme Abendkühle spüren. Kombiniert mit der Ölkomposition hat Kokoszucker eine natürliche Scrub- und Massagewirkung. Ätherische Öle, der Safflor, Bergscharte und Rosmarins haben eine leichte Aphrodisiakum-Wirkung und verbessern den Hauttonus. Entschuldigung, aber das steht hier wirklich so geil. Also da will man sich doch einfach mit dem Ding irgendwie unter der Dusche stellen und das so lange über die Haut, bis man vollkommen eingenommen ist von dieser ganzen Abend am Meer Stimmung. Wahnsinn! Also das finde ich großartig. Ja, vielleicht kann man die tatsächlich sogar nehmen, um die als Duschgel-Ersatz zu nehmen. Das finde ich auch interessant. Ja, wir verwenden, Leute. So, das nächste, was ich hier habe, ist von You&Oil. Von You&Oil habe ich auch ein Produkt tatsächlich gerade in Verwendung. Verwendung. Das verwende ich jeden Dienstag und jeden Freitag, um das ganz leicht nur in meine Haarspitzen reinzugeben. Also nur drei Tropfen tatsächlich und dann in meine Haarspitzen rein, weil das pflegt meine Haare ungemein, verhindert Spliss und alles. Das ist Wahnsinn. Und das hier ist You&Oil Key, Touch of Wellness oder KI, keine Ahnung, Meditation. Eine essentielle Ölmaxtur, wo ich keine Ahnung habe, was es machen soll. Also, ne, das gucken wir uns doch auch mal an. Ja, also das sieht schon so ziemlich so aus wie das, was ich auch bei mir stehen habe. Das hatte ich auch in der Vegan Beauty Basket tatsächlich. Das ist eine Pipette. Mach ich aber nicht auf, weil ich denke, dass ich das weitergeben werde, denn ich habe echt viele Körperöle und ich möchte hier ja nicht bunkern, sagte sie mit einem Bunker von Kram in ihrem Rücken. Die KI-Öle von You&Oil bestehen aus 100% naturrein ätherischen Ölen, wirken wohltuend und sorgen für einen Hauch Wellness sowie das bewusste Kümmern um sich selbst. Man nimmt einfach ein paar Tropfen, siehe Anweisung, reibt sie an bestimmte Stellen, Innenseite Handgelenk, atmet tief ein und lässt die ätherische Öle auf sich wirken. Aha. Also, ne, hier steht, dass man das quasi auf das Brustbein geben soll und auf das Handgelenk und dann kann man quasi meditieren. Man soll auf jeden Fall zwei bis drei Tropfen da entsprechend einrubben, einmassieren. Ähm, wird weiter wandern, ich meditiere anderweitig in mich rein, ja, ähm, ist nichts für mich, wird weiter wandern. Zusammen mit dem Kajal, genau. Das nächste Produkt, das ich hier drin habe, ist von einer bekannten Marke, die mir mittlerweile echt enorm ans Herz gewachsen ist. Verdammt nochmal, I plus M. Warum hat man vorher nicht so viel von euch gehört oder seid ihr erst so neu? Ich weiß es nicht. Das ist eine Sonnencreme für das Gesicht und das ist mit Lichtschutzfaktor 30, schön hoch. Ich habe aktuell eine von Ultrasun mit Lichtschutzfaktor 30, die ich halt quasi unter meine ganz normale Geschichte mit rein bastel. Und, ähm, ja, die ist wasserfest und die werde ich dann wahrscheinlich nächstes Jahr oder so verwenden, weil, ja, ich jetzt ja gerade eine offen habe. Das ist mit Anti-Blue-Light-Filter. Da habe ich auch extra tatsächlich ein Serum aktuell in Anwendung von I plus M. Ähm, und das hier würde das quasi kombinieren. Das ärgert mich jetzt ein bisschen, weil ich hätte gerne dieses kombinierte Produkt verwendet, anstatt von nur Sonnencreme und dann noch den Filter, weil das verwende ich ja auch gleichzeitig. Egal. Auf jeden Fall ist es ja so, auch du, der jetzt gerade dieses Video schaut, guckt es ja auf irgendeinem Bildschirm. Und da ist es ja so, dass du dieses Blue-Light dann entsprechend bekommst und das soll eigentlich nicht so gut sein. Wird jetzt ja immer mehr von erzählt. Und, ähm, I plus M ist auch damit auf diesen Zug aufgesprungen und hat einige Produkte, die halt gegen dieses, ähm, Anti-Blue-Light gedünst sind und vor vorzeitiger Hautalterung und so weiter schützen. Und halt vor Kaputtmachung des Gesichts. Ja. Und da ist auch dieses Produkt mit dabei. Und es ist halt wie alles andere vegan, tierversuchsfrei und so weiter. Und ja. Auch das eine Marke aus Berlin. Sehr, sehr cool. Hat auch wieder diesen R2D2-Spender. Aber ich lasse es jetzt zu, weil wenn man Sonnencreme aufmacht, die läuft ja ab, ähm, acht Monate steht hier drauf. Und, äh, ansonsten ist es halt bis 2022 haltbar. Deswegen, ja, das benutze ich dann lieber dann, wenn ich es brauche. Also, ich kann nicht alles dann und dann. Ich will es ja auch aufbrauchen. Ich bin ja auch ein Aufbrauchmensch. So. Ähm, das nächste Produkt, was ich hier drin habe, ist von Woga Woga. Und das ist ein loses, pudriges Produkt, was aber schimmert. Das ist ein loser Highlighter. Nicht, dass ich gerade Highlighter des Todes auf meinem Gesicht hätte. Ich mache mir noch was drüber, wa? Losen Highlighter. Ich kenne Creme-Highlighter. Ich kenne gepressten Highlighter. Losen Highlighter. Ich kenne Highlighter-Perlen. Aber losen Highlighter habe ich noch nicht verwendet. Und den möchte ich jetzt verwenden. Neue Produkte und ich, wir sind so. Genau. So sieht es aus. Du hast dann quasi hier eine Folie drauf, die man erstmal entfernen muss. Und dann kann man das irgendwie... Ach so. Ach, guck mal. Das Ding, was man hier oben drehen kann, dieses hier, das nimmst du, um das quasi zu schließen. Also, hier ist es quasi auf. Man sieht, dass die Punkte offen sind. Und wenn man das so mitnimmt oder halt einfach wegstellt, dann kann man das zudrehen, was ein bisschen schwerer geht, geht wahrscheinlich mit der Zeit etwas einfacher, damit das Produkt nicht so rausbröselt. Und was ich gerade bei so einem Highlighter richtig gut finde. Leute, da habt ihr euch was überlegt. So. Dann gucken wir mal, wie ich da was rauskriege. Ich habe jetzt hier so einen ganz feinen Highlighter-Pinsel. Ich dippe das hier mal so ein bisschen rein. Oh Gott. Oh Leute. Da kommt richtig, richtig, richtig was auf den Pinsel drauf. So sieht man es besser. Abklopfen. Gut, abklopfen. Okay. Da ist immer noch sehr viel Produkt drauf. Ach komm, so jung kommen wir nicht nochmal zusammen, oder? Und sie so. Ups. Okay, ich muss es auf beiden Seiten verteilen, denn da ist holla, holla, richtig cool. Oh, holla. Entschuldigung, aber ich muss gerade mal kurz eskalieren. Also das ist der Highlighter, nachdem ich quasi, also, ne, das ist, das ist, was ich als Highlighter bezeichne. Baby, mach mich glücklich. Das ist wundervoll. Meine Herren. Ich meine, ich mache jetzt Highlighter auf Highlighter. Das ist natürlich dann nochmal eine Stufe. Also, ne, höher ins Universum gehoben. Aber das ist ja immer wahnsinnig schön. Guck dir diesen Glow an. Oh, der ist wundervoll. Und sowas in einer Vegan-Beat. Oh, ihr seid so geil, Leute. Ina, das hast du super gemacht. Noch mehr. Boah. Also, also, da sagt doch nochmal einer, vegane Naturkosmetik wäre verstaubt und wäre von der Pigmentierung und so nicht so, dass YouTube-Beauty-YouTuber das in normalen Videos verwenden können. Alter. Der rockt dich ja sonst wohin, ne? Geil. Meine Herren, das gefällt mir. Ich gucke mal, ob ich den auch irgendwie geswatcht bekomme. Weil das ist dann natürlich etwas schwieriger. Ich drücke da halt mit dem Finger so raus, damit dann quasi durch, ich weiß nicht, wie sich diese physische Kraft, physikalische Kraft nennt, ne, die das Produkt nach oben bewegt. Ich habe jetzt echt nicht viel auf dem Finger, ne? So, jetzt gucken wir mal, wie das aussieht. Ich liebe das ja, bei diesem Daniel-Wellington-Armband hast du genau in der Mitte immer so ein freies Ding. Da kann man das immer genau dazwischen swatchen. Okay. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich bin da auch gerade sehr, sehr hell, ne? Also, nennen wir das mal real life, sehe ich, dass es abgeht wie sonst was. Und du hast da halt auch schon, ja, du hast da ein paar grobe Partikel mit drin, aber das ist nicht schlimm. Die machen das Ganze echt krass schön. Das ist so ein schöner Champagner-Ton. Meine Herren, richtig geil. Richtig geil. Boah, das werde ich gerne verwenden. Richtig gutes Zeug. Wow, ey. Ich bin gerade verliebt in diesen Glow. So, last but not least hast du hier auch noch eine Probe mit drin von der Extra Strong Deo Creme von IplusM. Für 24 Stunden. Das ist quasi ein neues Produkt, oder? Würde ich jetzt mal so sagen. Das kenne ich noch nicht. Ich kenne ja die Deo Creme von IplusM. Aber Extra Strong ist, glaube ich, nochmal eine Stufe härter. Eine erbsengroße Menge unter den Achsen verteilen. Das ist halt genau wie bei der Deo Creme, die ich auch schon von denen hatte. Das wandert demnächst in mein Probenprojekt mit rein. Mega cool. Leute, geile Box. Hat mich geflasht. Und auch diese Highlighter. Eigentlich sind die Produkte echt, also, ne? Mega. Also, wirklich. Gefallen mir. Das ist, das kannst du mit anfangen. Das kannst du Spaß mit haben. Boah, ich will diesen Highlighter hier drauf machen. Ne? Finde ich super. Gefällt mir richtig gut. So, bevor ich hier noch weiter eskaliere. In diesem Video kannst du das Öl gewinnen und du kannst den Kajal gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Hier blende ich auch mal den Gesamtwert der ganzen Produkte ein. Da stand ja was von 60 Euro. Ja, definitiv ist das alles 60 Euro wert, Leute. Das ist der Wahnsinn in Tüten. Oder auch in einer Vegan Beauty Basket. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.